Gibt es einen großen Drohzoff wegen Karne? Spursboss scheint sauer auf den FC Bayern. Auf dem Feld von Tottenham Hotspur ist der FC Bayern derzeit nicht in guter Form. Der FCB könnte beim Pokertransfer für Harry Kane einen hohen Preis zahlen. München-London, seit mehr als einem Jahr sind die ersten Wechselgerüchte zur realen Option geworden und nun scheint es, dass Harry Kane kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht. Die Spieler und der Verein sollen sich in mehreren Gesprächen auf die Verpflichtung geeinigt haben. Die Situation, in der Tottenham-Boss Daniel Levy sich unwohl fühlt und dazu führen könnte, dass der FCB noch tiefer in die Tasche greift als erwartet. Levy verärgert über das Vorgehen des FC Bayern während Gerüchte über einen Wechsel von Harry Kane. Zum FC Bayern München zu Beginn der letzten Saisons als unrealistisch abgetan wurden, ist der Wechsel ein Jahr später fast abgeschlossen. Einer der Gründe dafür ist offenbar, dass sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei einem privaten Treffen mit Thomas Duchel Anfang Mai von der Verpflichtung der Münchner überzeugt hatte. Was als Zwischenschritt für den deutschen Rekordmeister beim Transferversuch hätte gebucht werden können, scheint nun in die Brüche zu gehen. Berichten von Bild und Sport Bild zufolge soll Daniel Levy, Eigentümer und Vorstandsvorsitzender von Cain's Club Tottenham Hotspur, äußerst verärgert über das Vorgehen des FCB sein. Tatsächlich sind Verhandlungen zwischen Spielern und externen Vereinen nur sechs Monate vor. Vertragssende zulässig, oder nach vorheriger Absprache mit dem Verein, bei dem der Spieler verpflichtet ist. Da dies bei Cain nicht der Fall zu sein scheint, wird Levy zunächst seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Die Bayern müssen für Cain mehr als 100 Millionen Euro ausgeben. Von Berichten zufolge scheiterten die Bayern mit einem anfänglichen Angebot von 70 Millionen Euro. Dann wurde bekannt, dass die Münchner bereit waren, magische 100 Millionen Euro für Cain auf den Tisch zu legen. Da Levy aber wegen des vorangegangenen Treffens sauer auf die Verantwortlichen an der Säbene Straße sein würde, teilte er Freunden mit, dass dies ebenfalls dementiert werde. Der 61-jährige Engländer ist daher entschlossen, das Beste aus dem FC Bayern herauszuholen. Wenn er das beste Pferd im Stall verliert. Sollte es beim FCB trotz anhaltender Gerüchte um Viktor Osimho nun intern um Cain oder nichts gehen, könnten die Red Devils teurer bezahlen als bislang gedacht. Levy attackierte das Bayern-Angebot Daniel Levy gilt als einer der kenntnisreichsten Verhandlungsführer der Insel, der mit relativ wenigen Ressourcen immer wieder ein äußerst schlagkräftiges Team zusammengestellt hat. Unter Leves Führung seit 2001 haben die Spurs jedoch nur einen Titel gewonnen, den Liga-Puker 2007-08. Es war jedoch vor zwei Jahren der Fall und Daniel Levy überzeugte den besten Stürmer, zu bleiben. Ein Vorfall könnte auch zu Harry Kins Migrationsdenken beitragen. Damals war eine deutliche Gehaltserhöhung der ausschlaggebende Faktor, und es sah so aus, als ob sich das Szenario wiederholen könnte. Als sich die Bayern dem Abschluss des Transfers näherten, griff Levy an und bot Cain einen neuen Vertrag an.